Die KfW hat in den vergangenen Jahren in Milliardenhöhe Kohlekraftwerke, Kohleminen und andere Kohleprojekte weltweit finanziert in Industrie- und Entwicklungsländern. Damit muss Schluss sein. Im Sinne einer kohärenten Klimapolitik sollte die Bundesregierung diese Kohlefinanzierung durch die KfW und Hermes-Bürgschaften schnellstmöglich beenden. Für die indigenösen Bevölkerung ist das wichtigste Teil des Klimawandes und der sustainable Entwicklung die Rekognition des Rechtes zu unseren Landen, Territorien und Ressourcen. Es ist auch die Rekognition unserer Röle und Kontributions und dass wir Teil der Lösung sind und nicht das Problem. Für, um, things to really change, for people living in informal settlements, in towns and cities of the Global South, we need much more action at local government level. Very little is done by central governments that make a difference to people's lives, that improve access to water and sanitation, reduce flooding, make settlements safe. That is much more local government action. So in terms of the discussions today, we need a shift in emphasis away from the international and the national and towards decentralized governments at the city level. Klimaschutz bedeutet soziale, vor allem globale Gerechtigkeit innerhalb ökologischer Grenzen herzustellen. Das heißt, dass jedes Individuum pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2 hätte, um nicht über seine oder ihre Verhältnisse zu leben. Daran erkennt man schon, dass die Technik alleine, also ein grünes Wachstum, dieses Problem nicht lösen kann. Denn wir liegen in Deutschland bei etwa 11 Tonnen. Das heißt, wir müssen unsere Ansprüche an Mobilität und Konsum drastisch reduzieren. Wir brauchen mehr Klimaschutz im Verkehrsbereich, aber Biosprit ist nicht die Lösung. Denn die Biospritproduktion tritt in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Sie verschärft den Hunger und schürt Landkonflikte. Wenn Kirche etwas Besonderes ist, dann müssen wir unseren Lebensstil auch in diesen Kirchengemeinden verändern. Dann sollten kirchliche Einrichtungen anders organisiert sein. Mit der Hilfe von Zukunft einkaufen, von Umweltmanagementsystemen, fairem Einkauf und Energiesparen. Wenn ich Gesetzgeberin wäre, dann würde ich sämtliche Geflügel und riesengroße Fleischfabriken, Schweinefabriken in Deutschland schließen. Das vergiftet die lokale Umwelt. Das kommt die ganze Gülle in das Grundwasser. Sowieso ist es absolut ungesund und trägt nicht zu einer ökologischen Landwirtschaft, umweltverträglichen Landwirtschaft bei. Ibon International betrifft die ganze Gemeinschaft, aber insbesondere die Regierungen des Norden globales und die Regierungen des Norden globales, und die Stichung des Norden globalen globalen Weltkrieges. Und die neue Regierungen des Klimawandels. Die Zeitung des Klimawandels wird, die Klimawandels und Klimawandels in Deutschland gegründet. Die Klimawandels wird, die Klimawandels in Europa gegründet. Die deutsche Energiewende muss europäisch eingebettet werden. Wenn wir sie nicht europäisch einbetten, dann werden unsere Beiträge zur Emissionsreduktion überkompensiert durch Emissionssteigerung in den Mitgliedstaaten. Und hierzu brauchen wir einen glaubwürdigen europäischen Emissionshandel. Der braucht ein starkes Preissignal und durch dieses Preissignal werden sich dann die emissionsfreien oder emissionsarmen Technologien am Markt behaupten können. Wir reden in den Klimakonferenzen darüber, was getan werden muss, was getan werden muss 2030, 2040, 2050. Und wir reden darüber schon so lange. Und eigentlich war der große Wurf in Kopenhagen geplant und jetzt ist der große Wurf wieder geplant nächstes Jahr in Paris. Aber wahrscheinlich wird auch da der große Wurf nicht stattfinden. Und wenn man sich die Realität anguckt, wenn man wirklich vor Ort fährt, dann ist das einfach nicht genug. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen jetzt wirklich dringend etwas beschließen und danach auch handeln. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen jetzt wirklich dringend etwas beschließen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen jetzt wirklich dringend etwas beschließen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen jetzt wirklich dringend etwas beschließen.